Was geht ab, Leute? Wir sind hier heute im Skibbidi-Race-Simulator. Und zwar hier werden wir pro Klick... Bap, 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 bap. Klick mal, klick mal, klick mal, MBK. Wir werden immer schneller und schneller. Und wir können uns hier immer neue Skibbidi-Bip-Bup-Bup-Bup-Bup-Super-Toiletten freischalten. Und wir gucken heute, wer nach 30 Minuten weiter ist, bekommt nämlich 1.300 Robux. 1.300? Ja, und guck mal, das sind unsere Gegner, Bro. Das sind unsere Gegner. Guck dir die mal an hier. Guck mal, das ist hier die Noob-Toilette. Dann kannst du dich dazu stellen. Äh, rede nicht so, Bro. Ich bin Skibbidi-Bup-Super-Toilette. Dann gibt es, guck mal, man kriegt hier sogar so eine Police-Toilette. Armee-Toilette. Junge, eine Spider-Toilette. Und, Alter, guck dir mal die letzte Toilette an. Junge. Oh mein Gott. Okay, das ist Skibbidi-Bip-Bup-Bup-Bup-Super-Toilette. Direkt mal auf Super-OP einstellen. Guck mal hier. Bro. Oh. Guck mal der hier an. Junge, was ist das denn hier für eine Super-Toilette, die er hat? Ich meine jetzt erstmal die kostenlosen Geschenke auf. Zack, zack, zack. Kostenlose Geschenke haben wir. Und jetzt machen wir einmal das Glücksrad. Ich hoffe, ich kriege was Gutes. Und wir bekommen... Oh. 15 Minuten Doppelstärke. Okay, das ist krass. Guck mal hier. Oh mein Gott. Okay, das ist ja ultra stark. Oh Gott. Okay, Doppelstärke ist richtig krass. Ich muss mal hier Auto trainieren machen. Dann kriegen wir hier nochmal 1000 Siege. Und das Ding ist, wir haben jetzt gerade schon so viele Siege bekommen. Durch unsere kostenlosen Belohnungen. Dass ich hier sogar schon mal drei Eier aufmachen kann. Ich mache jetzt drei Eier erstmal auf. Und diese drei Eier... ...geben uns natürlich nochmal einen guten Boost, Leute. So, Schweinchen. Ey, das Schweinchen sieht aus wie MBK. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. So, nochmal hier einmal. Oh. Einen Adler haben wir noch bekommen. Und, warte mal, ich gucke mal gerade. Oh mein Gott. Okay, mal drei. Okay, das... Leute, guck mal, guck mal, wie stark wir jetzt gerade werden. Guck mal, wie stark wir jetzt gerade werden. Guck mal, wir haben 40 Taunen Stärke. Hä? Alter, was hast du denn da für eine Toilette? Oh, Stani, rechts ranfahren bitte einmal. Ah, hier ist die Toilettenpolizei. Ja, ich hau ab, ich hau ab. Tschüss. Tschüss. Das Ding ist... Oh Gott, MBK hat schon die Polizeitoilette bes... Äh, Leute, ich würde mal sagen... Skibbidi-Bip-Bup-Bup-Bup-Stani hat ja aber komplett rasiert gerade. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind zweiter Platz und aber es heißt, ich müsste die Spider-Toilette kriegen. Warte mal, kriegen wir die Spider-Toilette? Jo, MBK, wo bist du? Hier. Äh, ich hab grad was... Guck mal hier. Ja, du spielst ja mit Autoklicker. Wie, spielst du nicht mit Autoklicker oder was? Weil mir leckt dann immer alles. Ja, weil du Loser bist. Was kann ich dafür? Äh, man... Aber du hast auch andere sehr, sehr große Fehler gemacht, sag ich dir ganz ehrlich. Du hast andere... Okay, krass. Sehr krass natürlich gedacht. Oh Gott, guck mal hier, Leute, was ich grad am Power macht. Guck mal, was ich grad am Power macht. Ja, ja. Also ich drehe grad... Also meine Skibbidi-Bip-Bup-Toilette dreht grad richtig durch. Ich bin jetzt bei 500.000 Stärke. Okay. Und guck mal, man merkt, wie schlecht du bist. Ja, hat was damit zu tun. Okay, ich mach jetzt auch keinen Autoklicker mehr. Ich nehm jetzt auch keinen Autoklicker mehr. Nö, alles gut, alles gut. Nee, 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 sonst hast du ja gar keine Chance mehr. Du hast doch nicht mal Haustiere richtig. Hab ich so... Von wo hast du den? Welchen? Wie lange bist du wieder am Simulator? Äh, ich hab's nicht... Zwei Minuten wieder länger als ich. Zwei Minuten wieder ein OP-Pad-Bro. Junge, was... Zwei Minuten, wenn ein Video 30 Minuten geht. Sehr, sehr stark von dir. Ja, 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 ja. Sehr, 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 sehr. Aber ich sag das noch gar nichts mehr. Bro, ich sag dir ehrlich, ich bin nicht nur Skibbidi-Bip-Bip-Di-Super-Toilette, sondern die schnellste Toilette auf Erden. Nämlich... Oh mein Gott, guck mal. Oh mein... Leute, ich hab die Chirurgen-Toilette freigeschaltet. Ja, okay, vorbei, Bro. Ich hab komplett die Chirurgen-Toilette. So, geschafft. Zweiter. Alter, das geht richtig ab, Bro. Alter. Ey, es gibt hier... Guck mal, was es hier noch für Toiletten gibt, die man sich kaufen kann. Junge, Blade-Walker-Toilette. Das sind 600 Robux. Was? Oh mein Gott. Guck mal hier, die Pads auch, was es hier gibt. Es gibt ein 7000 Robux-Pad. Das Ding ist nur... Äh, ich würde sagen, wir dürfen jetzt die ersten 300 Robux ausgeben. Oh, okay. Ja, okay. Die ersten 300 Robux sind erlaubt. Äh, und Leute, ich würde sagen, ich werde mir von den ersten 300 Robux... Werde... Soll ich mir VIP holen? Können wir gar nicht holen, okay. Ich hol mir doppelt so viele Wins, Leute. Doppelt so viele Wins ist auch sehr, sehr stark. Damit kommen wir nämlich viel, viel schneller in die nächste Welt. Ist, denke ich, eine gute Investition. Zack, boom. Und jetzt geht's ab hier, Leute. Guck mal hier. Und... Oh mein Gott. Bro, der letzte ist echt schnell. Aber wir sind trotzdem die schnellsten. So, wie viele Siege machen wir jetzt? 2500, das Doppelte. Also 5000 Siege. Okay, ich mach noch mehr Siege. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Ich hab auf jeden Fall nochmal einen Trank bekommen. Wahrscheinlich liegt's an den Tränken auch. Und das heißt, wir können in die nächste Welt gehen. Und hier kriegen wir natürlich erstmal... Oh mein Gott, Goldmaschine. Und... Alter, was kriegen wir jetzt hier für Toiletten, Leute? Junge, guck dich mal diese Toilette an. Ja, okay, wenn ich den Typen besiege, dann ist er komplett over. Dann ist er wirklich komplett over. Aber dafür müssen wir den erstmal besiegen. Und dafür müssen wir, glaube ich, erstmal deutlich stärker werden. Und vielleicht sogar Wiedergeburten machen. Oh, ich weiß nicht. Oh, hat sich gerade... Okay, Wiedergeburten hat sich gelohnt. Warte mal, Wiedergeburten? Ja, okay, ein paar Prozente kriegt man nochmal Plus. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sich das so ultra krass gelohnt hat. Aber hier nochmal die kostenlosen Geschenke. Bitte das 1%-Ped. Bitte das 1%-Ped. Bitte, 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 bitte. Ah, nochmal Wins haben wir bekommen. Okay, okay, okay. Hier gibt's auch nochmal ein eigenes Ei. Okay, okay, hier nochmal 200. Junge, wie viel hat MBK jetzt gerade? Ich muss mal kurz gucken. Äh, MBK, spielst du überhaupt noch? Hast du dir schon was geholt für die Robux? Oder? Alles gut. Hab ja dann zwei Minuten länger mal 29 Pads. Was alle Pads dann zusammenformen sind. Aber red wieder wie ein Großer und schummel wieder wie ein Großer. Okay, also du heulichst jetzt rum, weil... Bro, du kannst mir sagen, was du willst. Auch mathematisch gesehen, wenn du zwei Minuten mal 29 hast, und ich hab's nicht, bist du ja 29 mal weiter als ich, mein Bruder. Hä, was laberst... Ja, aber du konntest ja jetzt schon für Robux was ausgeben. Ich konnte es jetzt gerade holen. Ja, was hast du für Robux gekauft? Willst du das sagen oder willst du das nicht sagen? Sag ich dir nicht. Also bist du gerade... Ist ViniK wieder am Start, der quasi am Verlieren ist. Ich lese die Kommentare bei dir und bei mir durch. Es ist Katastrophe. Nee, Bro, ViniK ist gerade am Start, sehe ich gerade, Bro. Hat damit nichts zu tun. Du bist nur am Schummeln. Bro, ist das crazy, Bro. ViniK ist wieder am Start. Nur am Schummeln. Also, ich bin gar nicht am Schummeln. Ich bin auf jeden Fall gleich im Ziel. Und habe nämlich gerade die Professor-Toilette besiegt. Und das heißt, ich kriege seine Professor-Toilette. So, und diese Professor... Ja, okay. Wo bist du denn, ViniK? Bro, wo bist du? Du bist doch nicht mal in der neuen Welt hier drin. Er hat aufgegeben, Leute. Er hat aufgegeben. Er hat komplett schon verloren. Guck mal, was wir hier gerade schon für eine Toilette haben, Freunde. Wir haben die super Toilette hier. Und ich werde jetzt erstmal den ausrüsten. Okay, den gibt es auch schon. 200. Und jetzt müssen wir erstmal noch mehr Power sammeln. Wir müssen noch mehr Power sammeln. Oder ich mache gleich nochmal ein Rennen. Wir müssen mal gleich gucken. Wow, 150 Millionen. Ja, ich sage euch real. Ich muss unbedingt Wiedergeboten machen. Äh? Okay, Wiedergeboten bringt es. Oh, mein Gott. Junge, Wiedergeboten hat aber einen guten Boost gebracht. Guck mal, was ist der Junge? Der hat die Clown-Toilette. Äh, was hat der denn da, Leute? Guck mal hier. Ich glaube, da hat jemand auf der Toilette daneben gemacht. Bah! Aber ist egal, Leute. Wir machen hier Doppel-Power, Doppel-Power. 10 Millionen Power haben wir jetzt gerade schon. Es gibt aber auch... Oh, mein Gott. Oh! Okay, Freunde. Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Das macht uns nochmal ultra schneller. Wir sind jetzt schon insgesamt bei 50 Millionen. Junge, was hat der denn für eine Toilette? Alter! Okay, das sieht crazy aus. Also, man kann sich hier auf jeden Fall noch geisteskranke Sachen freischalten. Äh, MBK? Ja? Bist du rausgeflogen, oder was? Ja. Was hast du denn gemacht, Bro? Bist du rausgeflogen, Loser? Nee, quasi rausgeflogen. Ah, du bist ja auch schon... Oh, du bist ja auch schon in der Welt. Oh, sagst du jetzt auch nicht, ich soll auf dich warten, oder was? Weil ich dich schon wieder besiegt habe? Nee, nein, nein, nein. Pass. Pass. Okay, ich würde sagen, wir dürfen die nächsten 300 Robux aufladen. Let's go. Okay, Freunde. Ich glaube, ich hole mir jetzt hier so ein Ei. Soll ich mir hier so ein Ei kaufen? Boah, ich hole mir einfach hier so ein Ei, Leute. So ein Todesei. Oder nee, nee. Warte mal, warte mal, warte mal. Oder, warte mal. Sollen wir uns... Boah, sollen wir uns lieber Boosts kaufen, Leute? Boosts könnte ich mir auch so kaufen. Ey, wisst ihr, was wir machen? Sollen wir einfach komplett durchdrehen? Soll ich mir hiervon 6 Eier holen für 1.899 Robux? Ich hole mir erst mal ein Ei hiervon. Ich hole mir erst mal ein Ei. So, let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh, mythisch, Leute. Mythisch. Okay. Okay, das ist crazy, Leute. Guckt euch mal das Pad an. Und guckt euch mal bitte an, was ich jetzt hier gerade an Power mache. Guck mal, ich mache jetzt den Autoklicker an. Bro, ich bin komplett... Junge, das ist komplett am Durchdrehen gerade. Junge, ich bin komplett am Durchdrehen gerade. Ich habe ein mythisches Tier bekommen. Hier nochmal die Klicks geupgradet. Und guck mal, wie das jetzt nach oben geht. Guck mal, wie wir jetzt gerade nach oben gehen, unsere Kraft. Okay, ich sag euch, ich werde jetzt den letzten besiegen, Leute. Ich werde jetzt die letzte Toilette besiegen. Komm. Nee. Okay. Ja, ging, Leute. Ging, ging, ging. Wir haben zwar nicht... Junge, was habe ich denn jetzt hier für eine Toilette? Yo, die Rocket Toilette. Oh mein Gott. Okay, die sieht auch crazy aus. Und nochmal Klicks upgraden. Ja, jetzt ist eh over. Jetzt, Leute. Jetzt werden wir gleich den... Oh Gott, der letzte benötigt 13,5 B. Junge, das ist ja eine übelst krasse Toilette. Aber guck mal, wir haben richtig viele Wins auch gemacht. Und theoretisch könnte ich mir... Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal am Start, Leute. Und farm kurz einiges an Wins. Wenn wir jetzt nämlich gleich Wins machen, kann ich mir nämlich davon noch viel, viel bessere Pets kaufen. Und das wäre natürlich nochmal Jackpot. Ja, den letzten Platz, Leute, besiege ich nicht. Den letzten Platz kannst du vergessen. Also zweiter Platz ist easy drin. Wir sind schon ziemlich schnell. Aber den letzten Platz bis dato nicht. Und wir machen... Oh. Okay, guck mal, hier jetzt gefrorenes Ei. Zwei Millionen Ei. Überlegt mal, ich bekomme mythisch. Mythisch, mythisch. Selten. Oh, Gottes Willen, Bro. Wie stark sind hier die Eier? Junge, wie stark sind hier gerade bitte die Eier? Ich checke es gerade gar nicht mehr. Junge, der ist... Das Ei macht 524x. Ja, okay. Ich sage euch, Leute, das Robux-Ei war umsonst ausgegeben. Wir hätten das Robux-Ei niemals kaufen sollen. Das war komplett umsonst rausgehauen. Weil, guckt mal jetzt gerade hier die Stärke an. Ich upgrade jetzt nochmal eine Spur. Warte mal, ich hole mir jetzt nochmal die hier. Und jetzt 12... Okay. Äh, MBK? Ja. Äh, du hast die gleiche Toilette wie ich. Ja. Äh, Junge, er hat einen Autoklicker. Guck mal, er hat einen Autoklicker, Leute. Hab ich nicht, ich klicke die ganze Zeit. Er hat einen Autoklicker. Er hat einen Autoklicker, ist das krank, Bro. Ich habe keinen Autoklicker. Ach, Bro, ich rede gar nicht. Äh, Real-Tag, ich rede gar nicht mehr mit mir. Redest jetzt nicht mehr mit mir? Ja, aber, äh, du hast eine coole... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben jetzt die letzte OP-Toilette freigeschaltet. Ich gucke sie mir einmal... Yo! Okay, vorbei. Vorbei, Leute. Das ist ja wirklich komplett vorbei. Guck mal, wie die aussieht. Guckt mal bitte, wie die aussieht. Und ich sage euch, wir müssten jetzt... Wir brauchen jetzt 15 Millionen Wins für die nächste Welt. Da können wir theoretisch automatisches Race reinmachen. Reicht das? Ja, reicht. Guck mal. Selbst automatisches Rennen. Komm ich auf Platz 1. Ey, wisst ihr, was wir jetzt, glaube ich, machen? Ich werde jetzt ein richtig krankes OP-Haustier machen. Ich werde jetzt einmal kurz hier ein paar Rennen gewinnen. Werde dann alle Trophäen, die wir haben, sammeln. Werden damit Haustiere aufmachen. Und dann werde ich daraus das Gotthaustier schlechthin machen. Wartet ab. Ich werde jetzt hier erstmal Rennen fahren. Okay, Leute. Ich habe jetzt hier ein bisschen Wins gefahren. Wir sind jetzt bei 23 Millionen Wins. Also theoretisch könnte ich schon in die nächste Welt gehen. Aber ich habe eine Vermutung, was ich heute mal probieren will. Und zwar, wir wären jetzt hier zu den... Oh Gott, warte mal. Ich muss automatisches Rennen beenden einmal hier. Rennen stoppen. Automatisches Rennen ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie still war ich gerade? Wir müssen nämlich jetzt hier zu den Eiern gehen. So. Und Bro, ich hoffe, dass wir seltene kriegen. Bro, ich brauche zwei, drei seltene... Oh mein Gott. Nochmal Nova. Das ist sehr, sehr gut, Leute. Das haben wir nämlich schon. Das ist sehr, sehr gut. Nochmal Nova. Sehr, sehr strong. Okay, das ist wirklich nochmal. Das ist... Leute, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Kann ich das jetzt schon... Craft into big. Oh mein Gott. Okay, guck mal, Leute. Das ist die kleine Nova und das ist die große Nova, die wir jetzt gerade gemacht haben. Holy moly. Okay, das ist crazy. Also wir haben auf jeden Fall das Hausduch schon mal einen big gemacht. So, ich brauche noch... Ich brauche... Ich brauche jetzt ein Gold machen. Episch. Eisphönix. Ja, ja, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist ja komplette Eskalation hier. Das ist ja komplette Eskalation jetzt hier gerade. Guck mal, der Eisphönix-Dings. Okay, das ist crazy. Das Ding ist, ich mache jetzt noch einmal kurz hier das Rennen. Warte, in der nächste Welt, da fehlen noch 800.000. Ich muss jetzt einmal noch mal kurz das Rennen machen. Wie sieht es bei dir aus, M.K.? Ja, schleppend, aber... Bist du schon in der nächsten Welt überhaupt? Äh, nee, tatsächlich nicht. Du? Wie, immer noch nicht? Oh Gott. Nee, immer noch nicht. Also ich würde sagen, wir können auch mal Robux aufladen. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon locker in der nächsten Welt. Ich bin... Das hört sich doch sehr gut an. ...locker in der nächsten... Oh! Alter, was sind das denn hier für Toiletten? Äh... Okay. Was sind das hier für Toiletten? Äh, gut, okay. Äh, okay, das ist crazy. Äh, Leute, also hier gibt es ganz, ganz verrückte Sachen. Ich checke es auch noch nicht, aber hier gibt es richtig verrückte Sachen. Und es gibt hier sogar ein Ei, was ein B kostet. Oh, 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 oh. Alter. Wartet mal, ich mache Glücksrad. Wisst ihr, was ich, glaube ich, machen werde? Ich werde Risiko machen, Leute. Ich werde Risiko machen. Aber es könnte uns auch krasser vorne bringen. Ich kaufe mir jetzt hier Glücksraddrehungen. Und ich hoffe, dass ich das seltene Haustier aus dem Glücksrad kriege. Komm, hier unten sind jetzt Glücksraddrehungen. Komm, komm, komm. Bitte, bitte, bitte. 0,1 Prozent. 0,1 Prozent. Mann. Komm, 0,1 Prozent. Einmal, nur Leute. Ich will es nur einmal haben. Ah, Bro, Stärke brauche ich nicht. Stärke ist Bluff, ist Bluff. Bitte. Komm, 0,1 Prozent, 0,1 Prozent. Jo, doppelt Windstrang ist auch sehr nice. Das ist gut, brauchen wir eh. Ich mache nochmal drei. Komm, wir machen nochmal drei Drehungen. Weil, ich sage euch, wenn wir dieses 0,1 Prozenter-Pet kriegen, dann ist es komplett over. Dann haben wir alles rasiert. Ne. Ich brauche eh Stärke, von daher. Nein, das war so knapp, Leute. Junge, bitte eins. Eins. Glück, 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 Glück. Ah, oh nix, Leute, oh nix, oh nix, oh nix. Schade. Schade, schade, schade. Nehme ich hier nochmal Power mit. Und wir gehen rein hier. Hier ist mal Autoklicker an, Autoklicker an. Äh, Leute. Äh, Leute. Äh, Leute. Ich besiege nicht mal, ich habe Autoklicker an. Ich besiege nicht mal die Mülleimer-Toilette. Junge. Äh, doch, ich besiege ihn, ich besiege ihn, Leute. Aber das dauert übelst lange. Aber ich frage mich gerade, was ist das für eine heftige Welt? Hey, muss ich vielleicht Wiedergeburten machen? Okay, warte mal, ich bin mal jetzt, also ich hoffe, dass wir als, nicht als Letzter ins Ziel kommen. Weil ich überhole den gerade noch. Boah, ich hoffe, bitte nicht als Letztes, Leute. Das wäre, das wäre richtig schlimm. Bitte nicht als Letztes. Ich glaube, wir sind vor ihm. Wir sind vor ihm. Ganz knapp sind wir vor ihm. Weil dadurch kriegen wir jetzt gleich nochmal einen dicken Windbus. Und dann würde ich sogar sagen, dass wir komplett einmal auf Wiedergeburten gehen. Oh mein Gott. Oh Gott, warte mal, doppelt Wiedergeburten gibt es? Ich muss das kaufen. Ich muss das kaufen, Leute. Schö, 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 schö. 399 Angebote, Angebote, Angebote. Schnell. Ja, wir haben es bekommen. Okay, okay, jetzt bin ich gespannt. Warte mal, jetzt machen wir doppelt Wiedergeburten. Wir haben jetzt 10 Wiedergeburten. Boah. Boah. Okay, okay, okay. Das macht gerade Power, Leute. Das macht gerade richtig Power. Und wir können uns sogar hier noch ein Ei kaufen. Wir können uns hier noch ein Ei kaufen. Ich bin gespannt, ob das gut ist. Selten. Cursed Spider. Oh mein Gott. Ja, okay. Bro, die Haustiere hier. Guck mal, wie viel Stärke ich jetzt gerade kriege. Guck mal bitte, wie schnell das nach oben geht. Also, das ist ja absolut frech. Und ich kann mir auch gleichzeitig hier... Wir haben jetzt insgesamt 150 B... Jo, was ist das denn da? Ein Ufo da hinten. Oh mein Gott. Äh, bist du schon in der Ufo-Welt, Bro? Äh, ja, schon lange. Ja, aber du hast gerade mal 4 B Stärke, sehe ich gerade, ne? Naja. Also, das ist ja jetzt nichts. Ich bin, äh, am Sachen machen. Bro, ich hab nicht mal die Mülleimer-Toilette besiegt, ne? Das ist stark. Bro, die... Also, das ist hier eine komplett geistige Welt. Die Mülleimer-Toilette braucht alleine 1,5 T. Was? Und guck mal, wie viel Power... Wie viel Wiedergeburten hast du? Äh, neun. Neun Wiedergeburten? Ich korrigiere. Elf. Okay, das ist... Crazy. Bro, okay, das ist... Also, das ist jetzt hier wirklich ein krasser Grind, Bro. Ich sag dir, das ist hier ein krasser Grind. Das ist hier ein krasser Grind. Aber, Leute, ich hol mir jetzt noch viel Stärke noch. Ey, soll ich mir... Leute, soll ich mir die kaufen? Leute, soll ich mir die kaufen? Soll ich mir die Blade-Toilette... Ich hol mir die Blade-Toilette. Ist egal. Ey, MBK wird so durch. Ich drehe euch schon wieder so durch, Leute. Ich kaufe mir jetzt die Blade-Walker-Toilette. Oh, my... Oh... Oh, my... Goodness, Leute. Äh... Yo, MBK, was sagst du zu meiner neuen Toilette? Bro, du bist Mr. Octo-Toilette. Äh, ja. Okay, Leute, ich bin jetzt gespannt, wie gut wir sind. Ich bin gespannt, also... Äh, was? Bro. Waa? Ähm... Bro, bist du schneller wie ich? Nee. Aber... Bist du langsamer als ich? Äh, nee, Bro. Aber, Bro, wie kann das sein? Wie kann das hier sein? Bro, wie kann das sein? Hä, wieso überhole ich dich? Nee, du überholst mich nicht. Doch. Bei mir, ja. Hä? Warte mal. Ich hab 1,7 T Stärke. Ich hab 157 B. Hä? Hä, was ist das denn? Ist aber gar kein Sinn. Aber bist du vor die Mülleimer-Toilette, Bro? Ich bin ganz... Ja, das ist wahrscheinlich falsch gesinkt, weil wir nicht genau gleich drin waren, weißt du? Ja, das kann sein, das kann sein. Weil ich bin vor der Mülleimer-Toilette, also ich bin quasi auf dem vorletzten, Bro. Ich bin auch auf dem... Äh, oder? Ja, bei mir ist es richtig klar, Bro. Ich bin richtig klar vor der Mülleimer-Toilette. Also, ich hab den Mülleimer-Toilette besiegt. Ich... Äh? Hä? Was? Warum? Hä? Wie kann das sein, Bro? Ich hab doch viel, viel mehr wie du. Ich hab keinen Plan. Ich hab doch viel, viel mehr wie du so. Ich hol mir jetzt noch mal ein OP-Pad. Ich hol mir jetzt noch mal ein OP-Pad. Episch! Episch! Oh mein Gott, 1550 Jahre vorbei. 1550, komplett vorbei. Wir sind jetzt gerade bei 2T, aber um den Letz... Oh Gott, der letzte Woche... Der letzte Boss braucht 5 QA. Also, das ist ja unmöglich, Bro. Ey, ich sag dir ehrlich, das ist schwierig, am IK. Das ist... Das findest du? Bro, der letzte braucht 5 QA. Na, find ich gar nicht so schwierig. Was? Du weißt, dass erst T kommt und dann QA. Hä? Nee. Sagst du gerade, ich überhole dich. Was laberst du? Du überholst mich doch gar nicht. Oh doch, ich überhole dich. Bro, was redest du? Ich hab doch viel mehr wie du. Ja? Ja? Hast du das? Also, Bro, wo sagst du, dass du mich überholst? In Stärke? In Stärke überholst du mich nicht, Bro. Wirklich nicht. Nee, Bro. Wie? Wo? Also, ich sehe gerade, dass wir gleich auf sind, aber ich mach mehr wie du. Also, wenn du Tap drückst... Ja, wenn ich Tap drücke, sehe ich, dass ich mehr Stärke mache wie du. Oder nicht? Oder bin ich doof? Ganz knapp. Wir machen genau gleich viel. Also, ich mach ein bisschen mehr wie du auf jeden Fall. 600, 7, 8... Ah, ich glaube... Ich weiß es nicht. Hä? Du machst echt ein bisschen mehr? Okay, du hast hier... Ich kann mir machen genau gleich viel. Ja, könnte auch sein. Warte mal, ich sehe hier leider nicht, weil ich... Aber du hast 6 Tee und ich hab 2 Tee. Ja, das ist halt was krasses, was ich gemacht habe. Ah, du hast Multiplikatoren, ne? Du hast hier eine Toilette gekauft. Bist du langweilig. Bro, ich hab mir... Aber die Toilette bringt gar nichts, ne? Also, das ist halt auch, was mich gerade echt... Ja, der Multiplikator ist halt höher bei dir. Du hast halt prozentualen mehr jetzt, ne? Aber im Rennen saß... Also, das ist leider... Ich geh mal jetzt mit 1 Tee, geh ich mal rein. Ich guck mal, wen ich jetzt... Ich gucke jetzt auch, Bro. Ich gucke jetzt kurz mal, auf wen ich hier, auf wen ich gehe. Ja, okay, m... Bro, das ist... Also, das ist... Bro, ich gebe auf. Ich gebe auf, ich sag's dir ehrlich. Also, das ist der... Das ist, Leute, das ist der größte Witz-Simulator. Hä, warte mal. Also, ich hab jetzt das Doppelste an Stärke und bin genauso schnell... Also, ich hab... Ja, also, das ist leider Müll. Leute, ich sag euch ehrlich. Also, ich hab gewonnen. Oder wir machen Unentschieden, aber das ist Müll, Bro. Das ist Müll, Leute. Also, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Aber das ist Müll. Tschö mit Ö.